Boah, euer lässiges Arschloch zusammen Oh Gott Oh Mann, Alter, der bricht mich die ganze Zeit Mr. Morgame, ich fordere dich zum Kampf um die Krone Ich und Mr. Morgame werden jetzt gleich einen Steinschwertkampf gegeneinander machen Einfach als Kampf um die Krone Das geht bitte ohne Rüstung Ja klar, ich werde die Krone in der Kiste hier unten platzieren Eins, null Okay, okay, okay So, schauen wir mal Ich habe hier eine Kiste, ich verteidige mich mit der Kiste Ich werde dich töten Okay, ich sterbe Ich habe schon erwartet Ja, ich habe die Goldkrone Ich sehe aber keinen Yo, die Brüder fallen hier einfach runter Ja, ich habe schon vier Goldnorgels Yo, Alter Yo Da hinten ist ein Garst Oh shit Aber so kriegt man Gold Hä, Zombie wurde vom Mr. Morgame erschlagen, Alter Echt? Ja Und Zombie left the game Oh nein, Alter Yo, Alter Pass auf Weg hier, weg hier Direkt wieder aus der Hölle raus Oh ne Hilfe 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 Scheiße Hast du es geschafft? Ne, ich habe den erstmal abgelenkt Damit er nicht das Portal kaputt macht Weil da habe ich richtig verschissen Oh, er hat es kaputt gemacht Oh, scheiße Okay, was mache ich jetzt Dann gibt es ja ein neues Okay Die Frage ist nur Also du darfst doch nicht voreilig da rauslaufen Weil es eventuell hier irgendwo in der Luft erschaffen wird Okay Oh, da bist du Ja Siehst du, jetzt ist hier einfach ein neues Ja, geil Alter Magmi, bitte nicht töten Naja, aber noch spannender wären ja wirklich neue Konzepte Ach so Boah, wir sind so überbelichtet, das geht gar nicht Man sieht uns nicht mal mehr Wir sind Lichtgestalt Die Sonne knallt so kalt, volle Kanne ins Fenster rein Okay Ach, hier ist irgendwas wieder kaputt gesprengt worden Jemand hat das falsch gebaut Das sehe ich doch jetzt schon Jetzt stirbt doch endlich Scheiße Oh, Kacke Wo kommen die alle her? Hä? Hä? Irgendjemand hat da die Bude kaputt gemacht Sehe ich gerade Und die dann falsch wieder dahin gebaut Da war ja diese Dieses Dings im Boden Vielleicht Vielleicht habe ich die Überschrift auch genannt Das ist doch nicht online Dummer Junge Der Video fehlt Dummer Junge tanzt In einem Cocktailkleid In einer Bar Vor Pferden Die als Zuschauer fungieren Aber ich glaube Die sind hier überall Diese Mistviecher Unglaublich Voll die Plage Ey, hi Hoho Na Scheiße, Alter Voll die Zombie-Invasion Wir müssen das unbedingt alles noch ausleuchten Komm schon, stirb doch Oh nee Richtig Angst jetzt hier rumzulaufen So und da gibt es auch nicht mehr so viel abzubauen Ist ja gar nicht mehr so viel nervig glaube ich Irgendwo hier war doch die Kiste Ja Also schon Warte mal Ist da was in der Kiste drin Ist einfach ein Lava-Eimer drin Und niemand interessiert das Hä, habe ich da irgendwas Geheimnis gefunden? Leute, wussten wir alle nicht, dass da ein Lava-Eimer drin ist? Seit Megaprojekts So und das finde ich echt Hier finde ich echt eine coole Sache So freut mich riesig Und ich denke, es wird Also Es wird auch immer Oh geil, das passt ja Das passt ja ultra gut hier Oh mein Gott Das passt gerade so gut Das passt gerade unverschämt gut Äh, mein Dach Ich habe hier so ein Äh, ich habe jetzt auf zwei Ecken So ein So ein Dach, was immer drei hoch geht Und das passt genau zusammen Wenn das hier so zugeht Boah, ich glaube, das wird richtig cool aussehen Winifred Wir kannten uns nicht lange Aber Aber Ich habe dich in der kurzen Zeit, in der ich dich kennen durfte Ich bin nicht ins Herz geschlossen Und ich hoffe Dass du in unserem Herzen weiterleben wirst